Wie machst du den Charakter? Fragezeichen. Wie machst du deinen Charakter? Ich habe es zwar schon mehrmals beantwortet, aber dieses Model habe ich mit Live2D erstellt. Auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr dazu auch eine ganze Tutorial-Reihe finden. Auf Deutsch. Darf ich fragen, wie lange du ungefähr für jedes deiner Models brauchst mit Zeichnen und Rigging? Durchschnittlich brauche ich für so ein Model 1-2 Wochen. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Outfits ich mache und auch wie viele Frisuren ich rigge. Meistens, damit es sich auch lohnt, zwei oder drei Outfits und auch zwei bis drei neue Frisuren. Aber dennoch brauche ich eigentlich meistens vier bis fünf Tage. Dabei sitze ich dann aber auch bestimmt pro Tag sechs, sieben Stunden dran. Für das Zeichnen brauche ich auch circa eine Woche. Also kann man davon ausgehen, dass man insgesamt zwei bis drei Wochen braucht als eine Teddy. Aber bevor jemand fragt, ich mache leider keine Commissions. Es ehrt mich sehr, dass ihr mich als eure Model-Mama und Rigging-Mama haben wollt. Aber momentan bin ich nur eine Lehrkraft mit meinen Tutorials.